So, und herzlich willkommen zur nächsten Folge, Survival X-Maps, der zweiten um genau zu sein. Und wir machen hier mal weiter, wir sind stehen geblieben mit dem Fleisch, aber das war fertig. Dann machen wir uns mal ein paar Packen, weil es echt dunkel. So, ich hätte jetzt Eng noch gerne so ein Schaf gehabt, aber ich finde eigentlich kein, okay. Dann, warte mal, ich höre Eng und Zombie. Zombie! So, ich glaube, hier die ganzen Wegkuchen, genau, der Mundkuchen los. So, dann warte ich jetzt erstmal, bis ich wieder am Tag wird, weil ich bin ja, wie gesagt, auch schwer. So, dann packen wir mal unser Eisenplatz und bauen dabei noch ein bisschen Kabelstirn ab. So, und bestimmt viele von euch haben das Ungespielt-Video geguckt. Hashtag Freiheit sagt ich dazu nur. Mehr muss man da glaube ich zu nicht sagen, einfach nur dicken Respekt. Also, so Eisenspitz hat der, mehr Partyporn nicht mehr. Ein bisschen Wärbel. Zum Bay, Alter. Boah, Alter. Bleib locker, Junge. Alter. Geht mir noch ein bisschen mehr ein. So, ein Eisenbrustpanzer. Ho, ho, ho. Ich habe einen Pfeil in meinem Sack stecken gehabt. Alter, ich hatte einen Pfeil in meinem Sack. Jetzt habe ich einen... What? Eben hatte ich den noch einmal in meinem Sack. Okay. Okay. So, ja, genau. So, bauen wir die zweite Folge. Die nehme ich heute am Sonntag auf, den 21.12. Und die wird heute auch kommen. So, bauen wir noch ein bisschen mehr ab. Machen wir uns mal... ...eine Schaufel. Ein bisschen Parier, das ich habe. Oh, das war ein bisschen. So, gut. Dann machen wir uns jetzt noch eine Hose. Also... ...nein. Nur rein. Oh, das war dumm. So. So, ich sage immer, das sieht immer so aus, ja. Ich muss mich fortschüper nehmen. Lieber macht mir noch mal die Pfeile. Was? Jetzt werden mich doch das. So, ich muss noch mal kurz raus, auf mein Abend ödlich zu haben. So, ich glaube ich könnte noch ein bisschen weiter gehen. So, ich gucke mal, ob man hier noch tüten kann. So, ich gucke mal ein bisschen weiter. Das ist ein neues Projekt mit anderen YouTubern in Sicht. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. So, gehen wir mal hier lang weiter. So, ich gucke mal ein bisschen mit mir hin. Ein bisschen Sand. Hier auch nicht. Oh ne, Kohle brauchen wir grad nicht. Die Aufnahme neigt sich auch bald den Ende hinzu. Also, ich tippe mal so, die Folge wird so eins als zwei rauskommen. Und es hat grad ein bisschen gelegt. Oh, was sehe ich denn da? Die Spine. So. Ich glaub, das waren nicht alle Beine hier. Wenn man auf den Teufel spricht. Wie na? 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 Je sechs Και, wie ne? K 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